Okay, dann versuchen wir noch mal PvP, ne? Okay, dann versuchen wir noch mal zu sehen, dass wir noch nicht mehr sehen, dass wir noch nicht mehr sehen können. oh mein gott das funktioniert ach du heiliger wie schnell er die mine wirft ich bin jetzt nicht drin aber mit sicherheit gibt es den gleich da Alter! Ach, leck mich doch! Oh, geil, ich hab gewonnen! Sehr geil. Okay. Dass das funktioniert, ist natürlich crazy. Guck da! Okay, ja. Oh, es gibt auch hier diesen verwandelt sich zufällig von 1 bis 7 Sterne. Ja, gibt's auch. Auf jeden Fall, es gibt 1 Damage, also der Damage brauchen tut in Reichweite und 1 mit Attack Speed. Kirinus. Kirinus, wo ist denn die unter? Die unter denen nicht verfügbaren ist bei mir in der zweiten Reihe die erste, aber bei die wird's wahrscheinlich nicht so sein. Arena 5. Ah, Kirinus. Hört ihr an? Ohhhh. Arena 5? Da bin ich ja fast... ... ... ... ... ... ... Das ist der way to go. Wenn ihr das geschafft habt, habt ihr das Spiel durchgespielt. Also bei den Möglichkeiten, die man ja hat, das hat noch nicht schwer, glaub ich. Würde ich mal sagen, Arena 5 ist incoming. So, und ich muss jetzt prennen. Ich will dich nicht wählen. Dann bis morgen. Toto. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss. Ich will die Preise beim nächsten Feuer. Nein. Oh, und geknackt noch nicht. Benni, ich hab dich sogar jetzt mit den Pokalen eingeholt. ich hatte ja auch ein durchhänger gehabt die mir kommt auch noch in er hat mich doch wohl ja aber er gibt den hänger auch noch so ist wahrscheinlich das wird schon in demnächst glaube ich passieren dass das funktioniert ist es ja das ist ja crazy ist er braucht man und holen und was krieg ich hier so schön mann ich kann hier immer noch nichts spenden wo ich das hab ich hab irgendwie staatsschwierigkeiten aber jetzt geht's jetzt ist wo du das spiel verstanden muss ne du hast mich noch überholt n das ist sehr scheißig auf welchen Platz ich bin auch schlecht kriegst du ein bisschen was die noch ich bin aber nur umstand auf zwölf auch groß diese monstle gibt es so oft mehr von schon anfang ja aber solange ist nun bei anfang ist, wenn ich den ganzen Game über das Clou anfange oder? oh nein ja, es war so klar, es war so klar so ein Rotz ey scheiß Drecksboss, alter komm, es ist gut, es ist gut ach ich will es nicht hin ach ne, der Kühlschrank kommt als nächstes ein ja ich will es nicht hin ich will es nicht hin Ach, fuck him, mann! Wie schnell ist es, könnte ich es verlieren. Okay, da habe ich gerade einen dummen Fehler gemacht. Oh, das war bei mir der Auslöser für den Hänger. Ich kann jetzt aber mal zählen, wie viele Siege ich ein Stück hatte. Hatte ich auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, elf. Aber wenn ich mir den Anfang von vorhin anschaue, war alles nur minus. 30 plus 1 und vier. Führen wir weiter, vielleicht. Ich hab halt Anlag, dass es sowieso Maruna auf fünf wurde. Und nicht zu irgendeinem anderen Ding. Einfach weiter gehen und einfach weiter gehen, bitte. Nein. Oh Mann, der wird durchgegangen. Ja, nicht schon wieder dieser Scheiß-Boss, ey. Die Kühltruhe? Ne, Versteinerung. Ach, das ist auch scheiße. Ja. Kompletter Damage ist futsch. Alles klar. Das ist natürlich scheiße. Ach, scheiße, er spielt das sehr wie ich. Das könnte lange gehen, bis irgendwie ein Fehler macht. Zwar, jetzt ist die Frage, bei wem geht's schneller durch? Ha, ha, ha. Ach. Genau bei ihm. Ich hab noch Bomben drauf. Ich hab grad gedacht, Versteinerung oder Kühlschrank kommt. Oh mein Gott, ich bin so ein, ich bin so ein Idiot. Alter, das ist halt... Ach, keine Ahnung, ey. Oh, ich hab gewonnen. Oh, sehr gut. Puh. Puh. Sehr gut. Ach, Kühlschrank als nächstes. Ungefähr drei, vier Siege und ich... Hab endlich nur Scheißkiste. Und ich kriegst du konzentrieren. Ihr epische Küste, wo dann hoffentlich auch der drin ist, den ich brauche. Hm. Die Zahnradt. 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 nutze ich auch für ein dick ich nicht aber ich habe jetzt um und als sie hat ja so gut das ist schlecht bitte nicht noch mal na gut, mal ein ganz abwärts gerade in den Arsch gegangen ok, schon wieder verschleinerung ich krieg die Krise ja, Versteinerung geht gar nicht ne, bei mir immer noch nicht alles closen und diese Versteinerung fucken raus komm, geh weg das ist sehr gut das hilft mich irgendwie grad ein bisschen auf sie eingefroren sind und ich nichts dagegen machen kann das ist wirklich ein bisschen das ist wirklich ein bisschen das ist wirklich ein bisschen ich kann es nicht einmal auch ok, da ist über den epischen Bereich gekommen von leben her so ist und auch ein kleines konzeptieren das ist gute arbeit klauen besser als der vorwürdigsten und gar nicht nur schlecht mit hat möglich viel zu tun wenn ich jetzt schon mit denen nun ist hartnäckig wenn ihr wisst wie lange der längste runde ging ich glaube jetzt ist es vorbei das war ein hart umkämpftes game man merkt es sind nicht mehr solche die doch einfach durch jetzt ja komm 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 geht durch ja man gewonnen alter schwer alles noch ein pokal dann hast du passiv das hat ja morgen der zwei liegen die er oder du wirst noch kein gegen die anhand machen aber so wie er es macht funktioniert irgendwie ja muss ja das ist es nicht so viele pokal auf jeden fall das muss ja irgendwie funktionieren irgendwie ja ok den könnte er wieder befreien befreit er nicht ok ok tsch 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 sieht doch alles ein bisschen ganz schön gefährlich aus gerade bei mir Dinge hätten wir nicht so uaah 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 das tut ja das tat weh das tut ja ja hat es gab einen sehr lauten hohen Ton drauf ja kann ich noch höher machen wenn du unbedingt raus ne ne das muss ich leider aus dem Video rausschneiden ja das war jetzt noch einmal clown wechsel bitte clown wechsel bitte gut habe ich gesagt weil der wechselt ja nochmal ich krieg gleich nen Kampf clown wechsel nochmal ja okay ich hab vor ja 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 komm bei ihm wird es doch jetzt durch ja fang ja fang ja ne ja 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 funktioniert wie ich es mir denke mit den Bomben dann ist EGG mit dem Bomben mit dem mit dem Text bieten das ist eine Serie wir hatten ihn von denen nämlich diesen komischen Jungen Fragen über Fragen oder verbessern den Jungen brauchst du wenn du eine Zahnradwürfel hast also den einen also den einen Zahnradwürfel ist der Typ mit dem Lautsprecher siehst du oben in der Arena weiter oben ne unten 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 weiter unten der da das ist der Zahnrad kannst du schon freischalten den kriegst du auch eventuell wenn du Glück hast kriegst du den auch in der komischen epischen Box da oben komischen epischen Box da oben ja da oben die da auf die bin ich ja auch die ganze Zeit drauf hinaus machen ok was soll ich denn hoch was soll ich denn hoch jetzt kommt der Clown ich versuche es nicht ich habe ja ich habe eine Fähigkeit der erste wo auf dem Feld kommt der kriegt direkt drei Sterne super hab ich auch wenn man glöck hat ist man hat direkt das was man braucht den drei weg ähm ach weg leck weg ich kann irgendwie es gern Gott nicht aufhören wenn ihn welches sucht hast du mich schon wieder reingetrieben auch das ganz schön jetzt sind wir wenigstens auch fast erlaufen gleichen Stand das wird irgendwie noch mehr oder ja komm ich geh doch einfach jetzt durch ah ne das ist naja bitte schön ja 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 ich hatte kein äh diese wo alles wacht und dann machen ja die Dinger nicht richtig halt halt ich kann sie jetzt sind wenn ich glaube es dauert immer ein bisschen bis man muss das ja ich wollte keine Herausforderung endlich machen sehr gut eine Herausforderung kurz mit Level 6 ich ich bin grad Level 5 hätte mir was zurückgeschrieben dann musst du mir das wieder zurück weil ich es mache ey so das ja jetzt zieht es dann ich habe den kleinen jungen jetzt nicht mitgenommen naja kann ich den jetzt eigentlich schon in mein deck einbauen muss ein ganz neues deck machen am besten ok um wen du ich da am besten rein auf jeden fall den was noch dann den lobby ja um das andere kannst du dir aussuchen eigentlich den kleinen jungen noch ja den kleinen jungen aber den habe ich leider gerade jetzt nicht mitgenommen du hast doch die andere die andere ist besser die andere die ganz unten die hier die hier die macht gruppen fließt die verlangt haben drückt alle monster also und es geht hätte es mir nicht dann auch mehr das der die 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 was ist der kleine junge ich meine von schön dass ich die kisten aufmachen kann braucht man eigentlich dann für die herausforderung diamanten um der tritt zu nehmen der erste eintritt ist kostenlos wenn du das verkackst dann kostet 5000 wieder eintritt an gold also diamanten das wäre ein bisschen heftig aber wer den battle pass hat also den pass hat der für den ist kostenlos die wiederhaltung ja vielleicht würde ich mir dann den anderen den 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 weiß ich nicht ich probiere jetzt nur eine runde und es gar nicht funktioniert muss ich halt erst mal mein altes deck wieder spielen also ich glaube ich verliere es doch das ist gut gut so ist vollkommen frei aber es ist ein und der kleine jungen gibt dann diesen noch mal ein bisschen zu sein der kleine jungen ist dafür da dass du dann die schieben kannst und die sich kommen ach das ist wie die die sich bestätigen die erste die 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 Oh, der erste Boss kommt. Wenn die jetzt Connected wärs glaub ich noch ein bisschen besser. Oh die sind Connected. Das nenne ich mal eine gute Verbesserung von einem Boss. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Das Musik Ding ist OP sozusagen. Damit kannst du auch ziemlich gut weit kommen. Ich glaube ich habe gewonnen. Ich hole mir jetzt den auch. Jawoll. Ich glaube ich muss erstmal richtig lernen wie man dann spielt irgendwie. Jetzt brauche ich den Jung und den Dingens. Als ob ich immer noch nicht so viel habe. Ich kriege die Krise. Ich weiß nicht was ich bei dem Deck falsch mache aber ich verliere schon wieder. Ja benutze noch das andere Deck. Ja. 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 Na ja manchen haben schon zwei länge die ihre die haben ja auch wieder glück. ich bin doch nicht gleich wieder da das ist oder das wenigstens bei den deck wieder gut laufen ja der schon dreilingen lehrer das ist auch gegen dauernd leuten lehre noch haben und ja das viel mit der menschen sich Was ist denn gerade schon wieder los? Ich krieg ja gar nichts. Was ich glaube, jetzt kommt der Hänger bei mir. Du hast ja schon mal die Karte bekommen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, jetzt fehlt mir die Karte. Einmal fehlt mir die Karte. Oh, jetzt kommt wieder ein Fuß. Komm, ich bin gleich wieder dran. Oh, das ist nicht gut. Oh. 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 wie ist das gar nicht so schlechtes deck aber für herausforderungen lana oder so doch ich hab den schon so für mich noch er ja da und wenn sie dann hänge ich bin was sie muss auch sein hat schon wieder ein bisschen überholt wahrscheinlich aufs Handy jetzt gemacht ich hätte jetzt auch überholen die Sucht ist einfach viel zu groß ich hoffe ich will jetzt auch noch die ganze Nacht schlafen die Nacht durch schafft er nicht so lange nicht mit morgens lauft wenn aus dem Schrank rauskriegt ok wird auf einmal direkt vier solcher Dinge ja das ist ja von was kommt das jetzt schon ok vielleicht hat er auch einfach nur Lack das Ding überhaupt noch lebt nach so viel Lack synchen o mein Gott 5 ja 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 danke lieber Bas spielst du hast jetzt ist was liebte rottaboy zu erreichen nichts blödes passiert dass sie kann es einfach nicht ertragen dass ich und als vorliegen und dann macht ihr heute noch so weil ich ja morgen nichts machen weil sie nicht mal nicht wiederkommen also morgen mittag könnte schon was machen aber ich habe morgen gespannt wenn ich aufstehe wo ihr schon seid bei uns wird uns selbst überholt und ich mache es noch ein paar Kuchen es ist gern lässt sich aber auch nicht mehr los oder selten bis dann laune geil aber ich habe es ja nicht geschafft jetzt muss ich nur noch da drin sein und dann habe ich das dick was nicht verliert was sie wenn ich von mir schon wieder jetzt habe ich aber nicht da drin ich kriege die Krise der war nicht da drin also jetzt bin ich komplett ich bin komplett weggelümmelt oder wie komme ich jetzt an gut in einer stunde ist eine stunde erst ne nicht nur ein bisschen später na gut dann mache ich die herausforderung weiter das ist natürlich jetzt blöd gelaufen ne der kommt um 0 Uhr später 0 0 er weiß sowieso und bei der 0 Uhr Bettzeit ist eine ein bisschen fiel aus aufgetaucht das spielen starten ok ach was die kleiner sucht die älter ne wird dich jetzt auch noch gleich überholen bei dem hat das auf jeden fall gepackt das spiel ich glaube ein bisschen zu viel sogar ich kenne das spiel gar nicht alles klar wenn ihr habt mich gespielt ich war hier nicht einzig klar zu keine zeit hatte dass ich mich so gefesselt hatte ich habe hier auch noch ein bisschen verpflichtungen arena belohnung ja voll krank eine verpflichtung er hat kein Kind und man redet ihr alter wie so ist also irgendwie spielt jederzeit ich diese Tonkarte hat mit dieser Tonkarte gegen mich kann man auch kartenverkauf aber ich denke mal dass es so ist dass du wenn du später halt alle deine karten hast komplett gemakst hast kriegst du dafür gold ja wie ein normal Clash Royale das ist ja so ein bisschen Clash Royale und ich habe schon wieder verloren was ist denn jetzt los dann würde ich mal sagen Ende was ja auch aufschlagen gehen und ins Bett gehen gute Nacht gute Nacht ja ja jetzt du hast wohl gesagt was die Spitz oh Eis ist mich überholt ich habe bis jetzt auch kein Spiel mehr verloren ja ich bin ja ich bin ich bin ich versiert das gleiche die Glocken Komplett welches Wattdekte dort zu schluss Rücksicht Ach komm, das kann man doch schon wieder direkt in die Tonne kloppen. Ja. Mega leck wieder. Und jetzt noch. Ne, 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 ne. Gönn mir was Gutes. Anstatt ich so ein Vierer dieses mechanische oder wie das Ding heißt, ne, ich krieg' einfach eine Vierer-Blume. Ah, tut das weh, tut das weh. Ne, dem Ohren tut's auch weh. Ach Junge, das ist doch nicht der Scheiß ernst. Ja. Hey lieg'e Alter, ich hab doch den Boss gewohnt schuttet! oder sehr gut die runde verliert fängt jetzt auch der hänger an bei uns ne ich hab da der drei legendäre muss nicht sein dass du die runde verloren muss ich kriege das leider nichts so ein bisschen genau ich fasse es nicht also irgendwie habe ich nicht genug zu schaden bei diesen Ton Dingen ich weiß auch nicht nach dem Boss habe ich irgendwie immer verloren komm, geh durch, geh durch mach doch Damage nein, er macht Damage schade live zuschauen wie er spielt ach, Basti das ist einfach noch dämlich, ne? ja ja komm, geh schneller durch geh doch bei ihm einfach jetzt schneller durch ja ja ach, saugut puh ich probiere jetzt mal was aus was schief gehen könnte aber was auch gut sein könnte ja jetzt weiß ich auch nur verdlangsam bringt ja nix hu hu ja 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 ich probiere einfach mal die Combo ich probiere einfach mal die Combo ja 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 genau ja 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 Das ist so ne sexo, glaub ich mir das vorstellen, welches schon mal ist. Das war gut. Feuerzeug funktioniert nicht. Das war's für mich. Oh, die geht's hier. Oh, die geht's hier. Oh, Gott. Oh, fuck. 8 Sekunden konnte kriegen. Ah, man ist gewonnen. Fällt jetzt Lack gewesen sein und das Deck ist echt gut. Oh, dann bei... bisschen beides. So, ich hab euch Karten geschenkt. Ja, das ist aber sehr mitgelieb von mir. Dankeschön. Ich spiel mit der Truland, die gibt mir nix. Ich hab in den letzten 30 Tagen 25.000 Aufrufe gemacht, generiert. Das nehm ich mal ne Nummer. Ist schon ein bisschen... Ich komme immer mal zwischen meine 2.000... 2.500... Steigt auch mal, ja. Wenn die jetzt am 28. das Horror Game kommen, dann sowieso. Dann Residenyl noch. Dann Residenyl noch. Ich möchte jetzt mal bitte, dass... Ich möchte jetzt mal bitte, dass... ... es kam hier, was jetzt nicht... Ach, der Kühlschrank ist wieder mein Gegner. Ach, der kommt bei mir schon mal gar nicht mehr weit. Aber bei mir dauerts halt immer ein paar Runden, bis ich richtig aufgebaut bin. Ich kann ja noch zufrieden sein. Aber da ist nur ein Ding bleibt da drin. Ja, der ist ja ein Ding eingefüßt. Damit kann man ja noch zufrieden sein. Sehr gut, die ging durch. Das ist gut. Das freut mich doch. Hast du gewonnen gerade? Mhm. Ich mag gerade Kampagne, äh, Kampagne wollte ich schon sagen. Aber Herausforderung. Ich mache Herausforderung. Kann sich halt jetzt nochmal verbessern. Oder Powered Up. Aber auch seine Hälfte der Dinger sind auch eingefroren. Und der kann sich nicht auftauen, weil er keine Hand hat. Ah, meis. Vielleicht kämpfe ich mir ja auch wieder den Weg langsam hoch jetzt. Hm? Was, die spielt noch? Ah, ne. Vor 15 Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow Schlichter Scherz. 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 Was ist das? Internet mal kurz weg. Alles gut. Alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, sehr gut. Vielen Dank. 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 Shit. Oh, good. 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 schade 38 schade 38 schade 39 schade 39 schade 39 schade 39 schade 39 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020